Moin Leute, ich bin's, SKF und wir sind hier in Minecraft. Und ja, heute fahren wir mit dem Boot. Und ja, ab geht's. Alter, wir sind ganz schön flott unterwegs. Ist ja voll das Speedboot. So, dann geht's auch mal los hier. Kurz ein Screen gemacht. Und ja. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir eine schöne Insel finden. Weil das wär echt cool. Muss ich auf jeden Fall sagen. Jawohl. Was haben wir hier? Okay. Eine etwas kleinere Insel anscheinend. Obwohl. Wir fahren mal ein bisschen weiter rum. Ja, das scheint eine kleinere zu sein. Oder? Ich glaub, das ist eine etwas größere. Wir nehmen die einfach. Zack. Ähm. Achso, wir haben ja keinen Platz. Hö. Äh, das Holz ist mir wichtiger als eine blöde Pflanze. Also los. Oh, nice. Das brauche ich auch. Was schmeiß ich denn dafür weg? Was schmeiß ich die Samen weg? Was ist denn das? Rosenstrauch. Kann man vielleicht immer gebrauchen. So. Auf jeden Fall ist das schon mal eine coole Insel. Hier sind nämlich auch wieder ein paar Hühnchen. Chicken und so. Komm rein in den Ofen. Wieder raus. Hast du gute Leckerlecker. Hamham. Und yeah. Da ist wieder Kohle. Ich kann es nicht mehr sehen langsam, Leute. Hier haben wir Schnee. Das ist, ähm. Mal wieder scheiße. Also. Ich weiß generell gerade gar nicht, wo ich bauen soll. Gut, ich meine Schnee allgemein. Bisschen von etwas, aber trotzdem. Ich hasse Schnee, Leute. Ei, 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 ei. So, solche Riesenberge. Was ist hier hinter? Das würde mich interessieren. Das sind auch wieder Kühe. Uuh. Al. Alter von wo. Alter. Du. Strolch. Nein, ich höre. Ich höre sie. Können wir was futtern? Dann werde ich nämlich die Nacht durchmachen. Da könnte er sicher sein. Weil. Oh, perfekt. Nice. Oh, warum habe ich... Äh. Oh, jetzt. Okay. Ich glaube, das kann jetzt dauern. Doch nicht. Keine Goldrüstung? Was ist das denn für ein Beschiss? Hm. Okay. Also gehen wir. Die Musik will ich nicht. Also, ich möchte auf jeden Fall gerne jetzt hier rüber. Um zu schauen, was auf der anderen Seite ist. Wenn da... Wenn das der Fall ist, dass dahinter noch schönes Land ist. Was auch... Nutzen... Was man auch nutzen kann. Zombieinvasion! Autsch! Autsch! Nein, nicht mit mir. Wenn das der Fall ist... Liebe Kinder... Dann... Könnte man in Erwägung ziehen... Hier zu bauen. Allerdings sieht das nicht so aus, nach dem Fall. Wui! Huuuuh! Autsch! Und da das nicht der Fall ist... So wie es aussieht bis jetzt... Wieso? Da es bis jetzt nicht der Fall ist... Ziehe ich in... Ziehe ich den Streichholz, äh... Wo wir dann... Weiter reisen werden. Sehr schön! Einfach nur... Perfekt! Perfekt! Okay... Das war's, Leute. Wir werden hier bauen. Definitiv. Nur... Problem ist... Das Skilette da gerade. Alter! Scheiße. Scheiße. Scheiße! Huuuuh! Nein! Komm her. Da ist er... Nein! Musik Musik So, sorry, dass ich nicht so lange geredet habe Kommt her, ihr Drecksviecher Aua Das sind nur die zwei, gell? Schnell rein Hinlegen So, perfekt, Leute Wirklich perfekt Aber irgendwie ist das Bett fail Aber das macht nichts So, wir nehmen alles mit So Und jetzt schauen wir mal, wo wir Nee, mein Freund Nee Nicht mit mir Das kannst du dir abschminken Kuckuck Kuckuck Ich würde ihn am liebsten an Land Äh, wisst ihr was, Kinder Nein, nein, nein Nein Das ist jetzt ganz fail, Leute Das ist jetzt ganz schön fail Ja, ja Ich pirsch mich von hinten ran Den krall ich mir Da ist ja noch einer Komm du Oma ran Komm du mal hier hin Ei, 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 ei Nein So Oder so geht's auch Wüste auch Perfekt, Leute Das ist echt nice So Jetzt ist nur die Frage, wo wir hingehen Ähm Beziehungsweise wo wir bauen Ähm Also es wäre geil Wenn man so Mitten im Wald So eine Waldhütte Wisst ihr Aber Näh Bin ich auch wieder am überlegen Weil rundrum ist wieder Wald Und dann musst du wieder alles abholzen Äh Bis du wieder irgendwie was hast Also Bis du Platz hast Und dann hast du wieder keine Bäume Die musst du dann wieder irgendwann lassen Und pipapo Hm Aber ich Ich sehe da hinten auch noch ein bisschen grün Also wenn Dann würde ich sowieso Eher hier hinten Auf Flach Ähm Flachland bauen Denn Da haben wir keine Bäume Und wenn wir Bäume brauchen Gehen wir da rüber Und deswegen Und hier ist eigentlich ganz schön viel Platz Das gefällt mir ganz schön eigentlich Ja das gefällt mir Ich glaube sogar Hier könnten wir bauen Ich glaub's nicht nur Wir bauen hier sogar Kinder Und deswegen bauen wir einfach mal Drauf los Die Frage ist nur Wie groß Ich will's ja erstmal sagen Wir machen erstmal das Gras hier weg Das Gras nervt extrem Und wir brauchen Acker Weil im Realife wenn man Haus baut ist das auch nur Acker Wenn wir nass im Rollstück und ganz schön rasen und so Und da Ne So Das ist doch schon mal viel viel besser Jetzt brauche ich nur ein bisschen Platz damit ich die Pass auf Kinder So Jetzt kann ich die schon mal einsammeln hier Das ist doch schon mal besser So 14 15 15 15 15 So wie bauen wir jetzt Das wäre so ne Frage Hm Mal gerade hoch Und ein bisschen gucken So Von der Breite sollte das eigentlich reichen Ja Ja Was mich nur nervt Ist jetzt Obwohl dann kriegt das Ding eben nur ein Eine Tür Und vorne vier Fenster So Da wir jetzt noch kein Holz haben Schaufeln wir schon mal den Boden raus Ich hab schon so ne gewisse Vorstellung Was das Haus betrifft So Das passt Obwohl So ist das ein bisschen besser So Den packen wir Mal da oben ran Hm So Jetzt haben wir schon mal ein bisschen Zaun So So Obwohl das passt nicht Doch Das Ah ich weiß noch nicht Das gucken wir dann einfach nächste Folge Ich würde einfach sagen Danke fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Wenn es wieder heißt Minecraft Und Ace Cave Haut rein Bis zum nächsten Mal Danke fürs Zuschauen Und ja Tschüss 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 Tschüss